Ja, das Wetter ist auch an Pfingsten kein Wunschkonzert und so gibt es eben nicht nur Sonnenschein, sondern teilweise auch mal Starkregen, zumindest ganz punktuell in den Gewittern. Aber konzentrieren wir uns erstmal auf das Positive. Das ist die Sonne. Zugegebenermaßen, die ist noch ein wenig unfair verteilt am Samstag. Besonders viel Sonne gibt es an den Küsten, teilweise auch in Oberbayern. Und in der Mitte, da kommt die Sonne teilweise gar nicht raus. Hier hängen noch dichtere Regenwolken. Aber am Sonntag und Montag, da gleicht sich das dann so ein bisschen an mit der Sonnenscheindauer. Da wird es für jeden auf jeden Fall auch noch ein paar freundliche Stunden geben. Übrigens vornehmlich in den Vormittagsstunden, denn nachmittags nimmt das Schauer- und Gewitterrisiko zu. Das ist vor allem am Samstag im Süden und Osten zum Nachmittag erhöht. Und im Laufe des Pfingstwochenendes, da verlagert sich die Gewittergefahr auch weiter in den Norden. Am Sonntag und Montag, da können dann auch schon mal Gewitter an den Küsten auftreten. Schauen wir uns den Samstag nochmal an. Hier also in der Mitte dichtere Regenwolken bei Temperaturen unterhalb der 20 Grad Marke. Aber vor allem im Norden und Süden, da gibt es dann mit Sonnenschein Spitzenwerte von bis zu 24 Grad. Ähnliche Temperaturen am Pfingstsonntag. Dann wie gesagt auch im Norden mal Schauer und Gewitter in den Nachmittagsstunden. Häufig ist es am Vormittag ja noch recht freundlich. Also man kann dann schon einige Ausflüge auch noch im Trockenen machen. Vielleicht macht man sich dann eher früh auf den Weg. Und am Montag, da steigen die Temperaturen im Osten dann noch weiter an. In der Lausitz könnte es trocken bleiben bei Höchstwerten von bis zu 26 Grad.